Herzlich Willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele einen Sinne für das Leben und gleichzeitig auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg. Wie schön, dass du da bist. Ich habe gerade meinen Mann verabschiedet und darum bin ich noch irgendwie ganz berührt. Der geht jetzt für eine Woche in so einen Fastenretreat oder eine Fastenwoche, sogar ein bisschen länger und deshalb hat uns dieses Thema Loslassen, Fasten etwas bewusst, wie jetzt zum Beispiel ja hier in dem Fall der Nahrung zu sagen, okay, ich lasse es los für eine Zeit. Um etwas Neues zu erfahren, um mich in meinem Körper auch anders zu erfahren und deshalb hat uns dieses Thema ganz viel beschäftigt und so möchte ich es auch zum Zentrum unserer Podcast-Folge jetzt machen, das Thema Loslassen. Es ist ja jetzt dann auch ab dem 14. Februar Fastenzeit, bis 30. März und vielleicht bist du ein Fan davon und sagst, okay, ich mache das jedes Jahr, lasse ich irgendwie bewusst etwas weg. Ich lasse etwas los, wie Zucker, Schokolade oder Alkohol oder irgendeine andere ungesunde Verhaltensweise. Vielleicht bist du da ganz verbunden damit oder vielleicht sagst du auch, nee, das interessiert mich eigentlich nicht. Dann kannst du das auch auf mentaler Ebene betrachten heute jetzt in dieser Podcast-Folge oder auf seelischer. Wir nehmen ja immer alle Ebenen mit. Für mich ist so die Idee, mit dir einfach in dieses Thema einzutauchen, es zu erforschen. Zu gucken, was du in diesem Jahr vielleicht auch ganz bewusst sein lassen möchtest. Und deshalb hatte ich so gerade ein inneres Bild. Ich habe mir auch jetzt hier ein Blatt bereitgelegt und einen Stift. Das heißt, wenn du mich immer mal so gruscheln hörst, dann schreibe ich einfach mir etwas auf. Und zwar habe ich jetzt in die Mitte dieses Blattes Loslassen geschrieben und möchte ein Mindmap oder Songmap machen, was auch immer jetzt daraus entstehen mag. Und zum einen Dinge notieren, die mir in den Sinn kommen, die ich bewusst loslassen möchte und auch einfach Inspirationen, innere Bilder, Gedanken. Und vielleicht hast du Lust, das auch zu machen. Also schnapp dir ein Blatt Papier, so groß wie du magst. Fühl einmal hin, was da ausdrucken möchte und dann lass uns loslassen, mal betrachten gemeinsam. Ich denke, es ist ja eine ganz wichtige Fähigkeit, auch um Raum zu schaffen für Neues. Und ich habe da so drunter geschrieben unter Loslassen, lass alles los, was du nicht bist. Da habe ich schon öfter mal drüber geschrieben auch und erinnere mich da selbst immer wieder daran. Denn oftmals glauben wir ja, je mehr wir machen, desto besser ist es. Ja, desto mehr erreichen wir. Aber ich glaube manchmal, dass genau durch das Gegenteil, also das bewusste Weglassen von Projekten, Dingen, Verpflichtungen, Beziehungen, die sich einfach nicht mehr stimmig anfühlen, die dich viel Kraft kosten, entsteht Raum für dich und das, was wirklich wichtig ist. Also es entsteht ein Raum für Dinge, die funktionieren, für Dinge, die stimmig sind und wir erzeugen damit ein ganz anderes Resonanzfeld. Ich habe ja im letzten Podcast darüber gesprochen, was wäre, wenn wir unser Wohlbefinden ins Zentrum unseres Wirkens stellen. Danke übrigens für die lieben Feedbacks zu der Folge. Das scheint in ganz vielen von euch etwas berührt zu haben. Also vielen, vielen Dank auch für den Austausch. Und die generelle Frage, wenn du die Folge nicht gehört hast, und ich lade dich herzlich noch dazu ein, denn ich halte das für eine ganz wesentliche Frage. Was stellst du ins Zentrum deines Wirkens jetzt im neuen Jahr? Was bekommt deine Liebe, deine Achtsamkeit, deine Energie? Was darf also auch wachsen unter diesen liebevollen Vorzeichen? Und da ist mir so bewusst geworden, weil ich habe ja in der Podcast-Folge geteilt, dass ich gerne das Wohlbefinden in die Mitte stellen würde, mein Wohlbefinden. Und darf ich das als Businessfrau überhaupt? Würde das meinem Erfolg entgegenstehen? Und da ist mir etwas bewusst geworden, denn im Creation Lab im Januar, da haben wir unsere Jahresessenzkarten kreiert. Und da wurde mir durchs Kreieren meiner Jahresessenzkarte bewusst, dass es in diesem Jahr für mich darum geht, mich immer wieder ganz bewusst mit dem Moment zu verbinden. Ganz im Hier und Jetzt zu sein, den Moment gestalten, Momentgestalterin zu sein. Und so simpel die Botschaft jetzt für dich auch klingen mag, so viel Übung und Achtsamkeit bedarf das ja im Alltag. Das weißt du selbst, das ist ja etwas, was wir wissen, dass wir uns eigentlich mehr in den Moment holen dürfen. Dass wir mehr das Jetzt genießen und jetzt unsere Kraft sehen. Und meine Essenzkarte, die entstanden ist, das ist etwas sehr Puristisches, wo ich am Anfang dachte, so ein kleiner Fuchs, der die Augen geschlossen hat und so gen Himmel sich richtet. Und dann sind noch ein paar andere Sachen mit drauf. Aber da dachte ich erst, die ist so simpel, diese Essenzkarte, und da passiert ja gar nicht viel. Und da wurde mir bewusst, darum heißt es ja auch Essenzkarte, es geht um die Essenz des Innehaltens im Moment. Und diesen Moment total wertzuschätzen und zu genießen, zu verinnerlichen und zu gucken, was ist jetzt hier in diesem Moment zu tun. Also eine Haltung, die ich natürlich habe, aber die ich noch viel mehr verkörpern möchte. Und da, und jetzt komme ich zu unserem jetzigen Thema, es gibt übrigens noch die Aufzeichnung von diesem Creation Lab. Wenn du dir die gerne angucken möchtest, dann verlinken wir das. Das kannst du jetzt noch im Shop holen. Und in diesem, was hole ich ins Zentrum, kommt natürlich die Frage auf, was muss ich eigentlich alles loslassen und verändern, damit ich das überhaupt kann. Ja, weil sonst ist es ja vom Kopf her, denke ich mir ja klar, Fowolbefinden ist jetzt im Zentrum meines Wirkens oder was es auch immer für dich ist. Ja, vielleicht steht etwas Wachstum in der Mitte deines Wirkens oder Ausdehnung oder Selbstständigkeit, was auch immer in der Mitte steht. Was ist das, was du loslassen darfst, damit das, was du ins Zentrum holst, überhaupt eine Chance hat zu überleben oder überhaupt in dem Jahr nicht dann ab März wieder in Vergessenheit gerät, weil dann irgendwie andere Sachen wieder wichtiger sind. Also was muss ich loslassen, um das Zentrum meines Wirkens tatsächlich zum Erblühen zu bringen? Was halten wir aufrecht vielleicht, was dem entgegensteht? Also jetzt bezogen zum Beispiel auf mein Wohlbefinden ist mir was ganz Witziges bewusst geworden, weil ich natürlich jetzt mit dieser Brille auch durch meinen Alltag gehe und vielleicht kennst du es, das ist jetzt eine aus dem Familienleben. Wir haben zwei Jungs, die immer viel Hunger haben und so die erste Frage eigentlich immer, wenn die zurückkehren aus der Schule, ist, was gibt es zu essen? Türe des Kühlschranks wird geöffnet und dann wird erstmal gegessen. Und manchmal nervt mich das richtig, weil ich so denke, es geht immer nur ums Essen. Und dann habe ich aber überlegt, okay, was würde mich wohliger fühlen lassen? Und das ist tatsächlich eine großzügigere Planung, also nicht dieses jeden Tag einkaufen oder jeden zweiten Tag, sondern in größeren Mengen einfach mal einzukaufen und vorauszuplanen. Und da habe ich gestern die Kinder gefragt, ich möchte gerne von beiden Jungs, die kochen nämlich auch mittlerweile schon ganz gerne, eine Liste mit Gerichten, die sie gerne mal kochen möchten. Und da kamen jetzt viele Nudelgerichte natürlich, aber es kamen von jedem drei Vorschläge. Und was sie dafür brauchen, also eine Liste, was müsste eigentlich eingekauft werden, damit all das gekocht werden kann. Und so plane ich jetzt, das ist eine langfristige Umstellung natürlich, hier einen Switch im Sinne von, ich lasse los, weil das absolut meinem Wohlbefinden entgegensteht, nicht, dass wir täglich neu darüber nachdenken, was koche ich, was kochen wir, sondern dass wir vorausplanen. Und vielleicht sagst du, ja, das ist ja super easy, weil das mache ich ja schon seit Jahren. Aber für uns ist das jetzt eine Neuerung. Wir sind da manchmal sehr im Moment und möchten dann auch das kochen, was jetzt gerade so ansteht. Aber jetzt bringe ich die Kinder mit in diese Planung hinein. Und auch wir gehen jetzt dann auch am Wochenende zusammen einkaufen, dass das einfach mal gemeinsam erledigt wird und größere Planungszeiträume. Also das ist jetzt ein Beispiel so aus dem Leben, aus dem Familienalltag, wo wir das, was wir ins Zentrum unseres Wirkens stellen, einfach schon mal überprüfen können, was steht dem eigentlich entgegen? Was muss ich loslassen? Was halte ich eigentlich die ganze Zeit aufrecht, was mir nicht gut tut? Was will ich einfach nicht mehr? Und du kennst es bestimmt auch, oft so im Alltag denken wir, das will ich eigentlich nicht mehr. Und irgendwie machen wir es immer weiter, weil wir uns nicht die Zeit nehmen, einmal neu drüber nachzudenken, wie wir es denn eigentlich wollen. Was willst du nicht länger akzeptieren und hinnehmen? Das kannst du jetzt auch auf deine Loslass-Map gerne auch mal so mit notieren. Das habe ich mir nämlich überlegt, wir könnten es jetzt so machen, dass wir verschiedene Lebensbereiche um das Loslassen schreiben. Du kennst ja das Mindmapping, dass du ein paar Wolken oder einfach Kreise zeichnest und dann könnte da rein Familie. Da wäre jetzt mein Beispiel das, was ich gerade gebracht habe. Dann Finanzen, Beruf oder deine Selbstständigkeit, Beziehung, Freundschaften, Spiritualität, Umgebung, Wohnraum. Schau mal, welche Aspekte deines Lebens dir einfach wichtig sind. Und dann kannst du einmal gucken, welche Verhaltensmuster, welche Zweifel, Konflikte, innere Haltungen oder Einstellungen möchte ich loslassen, verändern, ablegen. Und da einfach dir einen Moment mal Zeit nimmst und diese Loslass-Map kannst du ja auch über die nächsten Tage immer mal wieder betrachten und frisch drauf gucken, was da noch dazu möchte. Lass alles los, was du nicht bist. Setz natürlich voraus, dass wir ein Stück weiter spüren, wer bin ich und was ist mir wichtig, was ist meine Essenz. Und all das, was nicht so in Resonanz geht, lasse ich los. Und während du vielleicht schreibst, erzähle ich noch ein bisschen oder du kannst auch den Podcast natürlich anhalten und erst mal eintauchen. Was ich so spüre, Loslass ist wirklich eine Erfahrung und keine Theorie oder ja, es ist einfach eine Erfahrung, eine zutiefst unterschiedliche Erfahrung und eine Entscheidung, die wir eigentlich jeden Tag treffen können und jeden Moment neu treffen können. Loslassen hat für mich etwas mit Entbindung zu tun, mit Ablösung, mit Befreiung, Aufbruch von etwas, von dem man im tiefsten Herzen eigentlich weiß, dass es einem nicht gut tut oder dass es alt ist, dass es ausgedient hat. Denn nichts, was wir festhalten, kann sich frei entfalten und schwingen. Also nicht nur in Beziehungen, sondern auch im Umgang mit Dingen. Ja, es geht hier jetzt ja, wir haben jetzt viel über innere Verhaltensmuster oder Glaubenssätze gesprochen, aber es geht natürlich auch im Außen darum, Dinge loszulassen, die dir eigentlich Kraft kosten. Das habe ich im Winter jetzt auch ganz bewusst gemacht, bevor wir in die Auszeit sind, habe ich meinen Kleiderschrank mal wirklich komplett ausgemistet. Und da hilft mir immer die, von Marie Kondo, die Decluttering-Methode, dass du jedes Kleidungsstück, das kannst du mit allen Gegenständen machen, wirklich in die Hand nimmst und fragst, ob das dir noch Freude bereitet, ob das dich noch glücklich macht. Und ich habe noch so gefragt, bin ich das? Also ist dieses Kleid, das da seit einem oder noch länger im Schrank hängt, dieses Kleid, was ich immer noch hübsch finde, aber nie anziehe, bin ich das noch? Ja, oder ist es aus einer Zeit, die einfach vergangen ist? Und so habe ich meinen ganzen Kleiderschrank ausgemistet. Und dann fragt er die Marie Kondo noch ein Stück weiter und sagt, okay, ist es etwas, was ich vielleicht noch weiter schenken könnte? Macht es jemand anderen Freude? Und so kannst du es dann einem guten Zweck spenden. Und ich habe tatsächlich nur die Dinge, die jetzt einfach kaputt waren oder die dann einfach auch weggeworfen. Ansonsten ging es alles an gute Zwecke. Und das Spannende war, ich habe wirklich mal den Mut gehabt, da radikal vorzugehen, alles loszulassen, was ich nicht bin. Und dann war dieser Kleiderschrank halbleer. Und dann habe ich alle Kleider etwas mit mehr Luft zum Atmen aufgehängt. Und das tat so gut. Das war wie so ein frischer Wind, als wenn ein frischer Wind dadurch pusten kann. Und so ist es auch in uns, wenn wir uns trauen, Dinge loszulassen. Und das kann damit beginnen, dass du im Außen beginnst, etwas aufzuräumen, auszusortieren. Also guck mal, wo du leicht Zugang findest. Und da eine Unterstützung vielleicht auch für deine Mindmap. Und dass wir jetzt einmal darauf blicken, auf dieses Loslassen. Und zwar, dass du einmal guckst, welches innere Bild gibt es in dir zum Thema Loslassen. Vielleicht ist da direkt eine Idee, dass du deinen Stift in die Hand nimmst und die Hand öffnest und der Stift fällt zu Boden und du sagst, ja, das ist für mich Loslassen. Oder es ist eher ein körperlicher Zustand, wo du sagst, ich atme tief durch die Schultern, lasse ich sinken. Und das ist wie so eine innere Entscheidung, ich lasse jetzt los. Lass mal ein inneres Bild entstehen. Und erforsche das gerne auch im Sinne von... Opsi. Jetzt habe ich doch hier... Entschuldigung, ich habe irgendwo aus dem Sinn hier drauf gedrückt. Welches innere Bild hast du zum Loslassen? Oder welches darf in dir entstehen? Hast du in dir einen Meister des Loslassens, wo du sagst, ja, dieser Mensch, diese Person, diese Filmfigur, dieses Phänomen in der Natur zeigt mir Loslassen in seiner reinsten Form, der Baum, der die Blätter fallen lässt. Guck mal nach etwas, was dich wirklich innerlich berührt und was dir ein gutes Gefühl gibt. Und das kann auch wieder auf dein Mindmap wandern. Und du kannst es erforschen mit, wie duftet es Loslassen für dich? Wie duftet Loslassen für dich? Bei mir ist es was ganz Frisches, also wie so eine ganz frische Brise. Fast schon, ja, wie am Meer, so ein ganz frischer Duft. Wie schmeckt Loslassen für dich? Klares Wasser ist es bei mir. Es geht ganz schnell, merkst du, ganz einfach. Also was siehst du hat mir, was hörst du vielleicht auch, was ist der Klang des Loslassens? Vielleicht ist es eine Klangschale oder ein Lied, an das du dich erinnerst oder ein Geräusch in der Natur. Erforsche mal dein inneres Bild, deine Wahrnehmung zu Loslassen. Vielleicht hast du auch Erinnerungen in der Vergangenheit, wo dir Loslassen ganz leicht gefallen ist. Wo du sagst, ah, super, das erinnere ich mich und das hat so viel Energie freigesetzt. Indem wir loslassen, was für uns nicht mehr funktioniert, nicht mehr stimmig ist, für uns. Das muss für keinen anderen Sinn machen, nur für dich. Machen wir Raum für das, was funktioniert und stimmig ist? Wir wertschätzen quasi Letzteres und laden dadurch mehr davon ein. Also es ist ganz wichtig, das ist wirklich meine tiefste Erfahrung bisher zum Loslassen und teile gerne deine. Aber indem wir loslassen, was für uns nicht mehr funktioniert und nicht mehr stimmig ist, machen wir Raum für das, was funktioniert und was stimmig für uns ist. Und wir halten manchmal so krampfhaft fest, weil wir Angst vor dem Neuen haben. Oder was ist dann, wenn wir loslassen? Aber da hilft dir vielleicht der Spruch, was zu dir gehört, das kannst du nicht verlieren und das, was nicht zu dir gehört, das kannst du nicht festhalten. Das hat mir öfter schon geholfen. Und wir halten oft so lange fest, bis wir unter der Anstrengung fast zusammenbrechen. Und dazu möchte ich dich heute eben inspirieren, dass du Wege findest, Dinge loszulassen, zu verändern, in eine andere Energie, in einen anderen Flow zu bringen, die dir nicht gut tun, die sich so anstrengend anfühlen. Und wenn du nur eine Kleinigkeit heute findest, in dieser Podcast-Folge, dann ist es mega toll. Denn allein das kann schon ganz viel bewegen. Laozi hat gesagt, was für die Raupe das Ende der Welt bedeutet, ist für den Rest der Welt ein Schmetterling. Vielleicht mag dieses Zitat noch mit auf dein Mindmap und dann hoffe ich, hast du jetzt in diesen 20 Minuten einiges zum Thema Loslassen entdeckt und gefunden. Es kann so befreiend sein. Und es kann so viel neuer Raum und Platz entstehen für das, was dir wirklich wichtig ist. Deine Potenziale können sich entfalten, wenn du Raum machst. Von daher lass alles los, was du nicht bist. In diesem Sinne, meine Liebe, schicke ich dir ganz befreite Grüße von meinem Herzen zu deinem und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören. Das war's für heute, wenn wir uns zur nächsten Podcast-Folge wiederhören.